Dota ist hier am Stand, Moinsen! Ostreicher schreibt GG Leute, Ripp an den Gegner Der arme Gegner Was ist das denn gewesen? Der macht einen Rückpass zum Neuer, den wollte er schon nicht Dann haut er das Ding weg, schießt seinen eigenen Spieler an Nur er rettet auf der Linie, ich darf einschieben Also, Respekt an ihn, dass er weiterspielt Der Maldini ist einfach nicht zu überbrücken Und jeden Ball Durch mich, durch! Digger, ich schone Scheiß Gleich sag ich's, Digger Und dann nehm ich diesen ganzen Urlaub in Kauf Um einfach mal zu sagen, was ich über diese EA-Mitarbeiter denke, Digger So, das sagt gut Du Arsch Was? Was? Digger, mein Gegner hat gerade ein Tor geschossen und der Schiri hat abgepfiffen beim Schuss Digger, was? Klipp das, Max? Bitte, klipp das! Der Ball ist im Netz gewesen Im Netz und er hat abgepfiffen Ich bin voll verwirrt Wenn du gleich ein Tor machst, ne? Ich bin gerade voll lost Ja, alles gut, alles gut Ich hab den Ball, ich hab den Ball So, da bist du jetzt Ich spiel nach vorne, genau Sehr stark, sehr stark Ich spring nicht mal, weil ich nicht weiß, wie Alles gut Oh! Babe, hol dir den Ja, ja, ja Jetzt! Oh Gott! Schatz! Drück, Kreis! Drück, Kreis! Oh mein Gott! Lidia, geil! Let's go! Super Tor! Innen, Forsten und Anrein! Was willst du mir wirklich erzählen, EA Sports? Warum er keine Ballrollen macht, verstehe ich nicht Deswegen meine Freunde, immer Ballrollen Deswegen meine Freunde, nie die Ballrolle machen Ey, also, Bruder, was Digga, was soll ich Was soll ich denn noch machen, Digga? Was will ich denn noch machen? Komm, ihr verdammt nochmal Mann! Oh, mein Oberschenkel Oh Ja, perfekt, die Maria Ey, klippt das irgendwer Junge, das passiert zu oft Und da kann auch mal der Lupfer einfach Der kann der freche Lupfer Hahahaha 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 Robin, Schwächeanfall? Oh was? Wie rettet er den? Was? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Das ist der CPU Das ist nur die Ey, dieses Spiel Ey, dieses Spiel Dieses Spiel Es bringt mich ins Grab, Digga Dieses Spiel Es ist zu krank Es ist zu krank Das ich jetzt drei Aus dieser Kackliga bekomme Und nur einen Und das so Oblak ist Einfach die Hoffnung Kein Duplikat Einfach Einfach hoffen Soll ich das wieder klippen? Soll ich das wieder aufnehmen? Soll ich das wieder FIFA Deutschland schicken? Das kann doch nicht sein, Digga Drei Mal hab ich ihn gezogen, Mann Drei Mal, Alter Boah, boah, boah Klipp das, klipp das, klipp das Komm Kann doch nicht wahr sein Ja, okay, Digga Weißt du was ich mein, Bruder? Mensch, dieser Hund schießt mir so ein Tor Da brauchst du auch gar nicht mehr Weiterspielen Digga, was ist mit diesem Game Passiert, wirklich Interessant Man könnte wirklich denken Der Controller ist es Nein, es ist nicht, Digga Es ist einfach dieses verdammte Spiel Wahin Mitchell Mixtchill 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 Wie auch immer Wie der Name auch immer heißt Aber meistens ersetzt es ja wahrscheinlich Ehr mal ein I Das X Oh, gefährlich Ganz gefährlich Oh Dieser Touch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Klipp Ich schwöre, ich schick das FIFA Deutschland, Digga Was ist das für ein leckerliches Tor, Digga Ja 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 Das ist nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Was ist denn passiert Ich hab dich doch gar nicht berührt Schaut's euch einfach mal an Das ist unglaublich Wisst ihr Was ich jetzt hier gedacht hab Ich decke diesen KK ab Und dass ich diesen KK Pass abdecke Schaut mal Ich lauf da diesen Schritt hin Ich antizipiere es Und dann wird dieser Ball so an mir vorbeigespielt Das kann Einfach nicht sein Wenn das nächstes Jahr in FIFA nochmal drin ist Alter Ich werde über ein Jahr hinweg Ich glaube, ich habe in einem Jahr graue Haare Das ist so ein dickes Foul, ne So ein dickes Foul Digga, rein Ah Ah, Digga Halt deine Fresse Halt deine Fresse abseits No way Das ist real life basierendes Porno Äh, ne Das ist real life basierende Promo Lost Ja Die haben gefragt Ob meine Stiefschwester in der Waschmaschine stecken geblieben ist Warum? Verstehe Äh, nur so Freut mich, dass du da bist Carrasco mit dem Steilpass Das sieht gut aus Das sieht gut aus Was wird der key in der nächsten Spiel Du hast Hashtag Tom Coming up Was wird dein Fokus Taktisch? Äh, ich denke, ich würde Um, play Very different Like, uh My last game Es ist sehr wichtig To save Everything hinten Uh, behind Ja 800 total Series points $15,000 How much fun are you having Exactly Much A They're There's a A A A A A A Bis zum nächsten Mal.